Hallo zusammen, hier ist wieder Oetila und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute mal wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es nämlich um die Mythic Plus Kiste. Und ja, als allererstes wollte ich euch mal zeigen, wo sie bei der Allianz bzw. bei der Horde steht. Und danach machen wir auch noch zwei Kisten auf, denn ich habe sowohl mit meinem Ali als auch mit meinem Horde-Char letzte Woche Mythic Plus absolviert. Gut, so, wo sind die Standorte? Und zwar befinden wir uns hier bei der Allianz hier auf den Koordinaten 67, 22. Und dass ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt, laufe ich jetzt einmal nach draußen und zeige euch das. Also wir haben hier quasi das Allianz-Schiff und dann laufen wir einfach hier rein, wo ihr also quasi die erste Quest, die ihr kriegt, wenn ihr auf Kulchiras angekommen seid, auch landet. Beziehungsweise zumindest wenn ihr das Intro-Szenario gibt. Naja, mit dem zweiten Scheiß ist die erste Quest. Genau, also hier drin, wo wir auch Gennen haben bzw. hier von der Prachtmere-Admiralität die Händlerin. Da steht die Kiste und ich kann sie, wie ihr seht, auch aufmachen. Dann gehen wir einmal zur Horde. Hier sind wir auch bei der Kiste. Ihr seht, dass hier vorne steht sie. Und zwar, wie ihr sehen könnt, befinden wir uns in der Pyramide auf den Koordinaten. Wir klicken jetzt mal hier nach Tazar-Aloa rein auf den Koordinaten 36, 37 und wo kommen wir hier am besten ran. Wir sind hier in der großen Pyramide. Das, denke ich mal, dürftet ihr als Vortler kennen. Also sprich, ihr lauft hier rein in den guten Laden und dann haltet ihr euch einmal rechts und dann steht die Kiste gleich hier links dran. So, jetzt haben wir uns angeguckt, wo die Dinger stehen. Ich denke mal, das war jetzt mäßig interessant. Jetzt schauen wir an, was wir rauskriegen. Ich habe mit meinem Ali-Char, das ist dieser hier, habe ich eine Plus-Siebener gemacht. Ich glaube, ich habe eine einzige Mütik-Plus mit dem gemacht. Mit dem raide ich ja auch nicht und dementsprechend, ja, dachte ich mir, komm, einen Siebener fix mich einladen lassen und mitgelaufen bei einer Random-Gruppe. Das reicht. Und bei dem anderen Char, mit dem ich ja mittlerweile raide, das ist jetzt hier mein Horden-Char. Der hat ein bisschen besseres Item-Level, weil er jetzt auch ein paar 370er-Raid-Items anhat. Und wie ihr hier schon seht, habe ich eine 10er gemacht. Das war ja das, was man auch maximal machen musste, um die größte Belohnung zu kriegen. Genau, dass ihr so ein bisschen wisst, wo der Stand ist. So, ich würde sagen, wir machen jetzt mal die Siebener-Kiste auf mit dem Ali-Char. Ich müsste 370er-Gier rauskriegen, wenn ich mich nicht falsch informiert habe. Und 2 bis 3 Teile. Wir machen jetzt einfach mal auf. Oh, das dauert so richtig lang, das zu öffnen. Und jetzt drücken wir mal die Daumen. Okay, was habe ich jetzt rausgekriegt? Habe ich nur... Ich habe nur 2 Sachen rausgekriegt, kann das sein? Ist das irgendwie ein Fehler? Ich sollte doch eigentlich 3 Items rauskriegen. Ich habe jetzt bekommen, quasi, dieses Item hier. Das ist gut, das hat Bistats und ist 370, so wie ich es mir dachte. Steht auch Warforge dran. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt hochgerollt ist oder ob ich wirklich 370 rausgekriegt habe. Aber eigentlich sollte ich 370 rauskriegen. Also ein einziges Item habe ich nur bekommen. Ein 6er-Key. Gut, es ist eines niedriger als das, was ich quasi gespielt habe. Das ist richtig. Aber sonst nichts. Eigentlich sollte man, so wie ich das verstanden habe, ein normales Item. Und zumindest ein Azerite-Gear-Dings rauskriegen. Also sprich, so ein Item. Also eins von diesen dreien. Und wenn man Lack hat, sogar 2. So hatte ich das verstanden. Anscheinend habe ich, wenn dann Pech gehabt. Oder es ist nicht immer so. Ich habe jetzt leider nur ein Item bekommen. Schade. Kann ich aber den noch brauchen. Kann ich einen 3,55er mit eher mäßigen Stats gegen 1, das relativ gute Stats halt austauschen. Gut, die Vermeidung ist natürlich immer nice to have. Aber die 15 Items mehr tragen es, denke ich mal dann. Gut, okay. Das war jetzt kein großer Wurf. Aber ganz nett. Jetzt bin ich mit dem hier 3,47 gegiert. Dann würde ich sagen, switch mal auf den Horden schauen. Da ist es eigentlich wichtiger, weil mit dem raide ich. Und jetzt gucken wir mal. Ich müsste jetzt mit einem 10er 3,85er-Gear rausbekommen. Und wir schauen mal, ob ich hier ein bisschen mehr Lack habe. Komm, Daumen drücken. Nicht nur ein Item. Okay, hier habe ich auch nur ein Item rausgekriegt. Und zwar ein Trinket. Diese Kanone, die ich aktivieren kann. Einen Key habe ich bekommen. Und zwar einen 9er. Aber anscheinend auch kein Dings-Gear. Kein Azerite-Gear. Das ist ein bisschen schade. Das ist, glaube ich, sogar ein DD-Ding. Hm, habe ich meine Dings-Ding nicht um? Doch, ich bin auf Wächter sogar. Okay. Das ist ein Trinket. Das aber... Warte mal, droppt das auf Wächter? Ernsthaft? Ich habe mich extra mal auf Wächter umgestellt, weil ich im Raid teilweise schon ganz gut aufs Maul gekriegt habe. Und mir dachte, ich bin ja eher mal offensiv ausgerichtet. Aber, ja, ein bisschen defensiv sollte man halt auch gucken. Jetzt habe ich hier eine Kanone, die man, die automatisch anscheinend feuert. 3,85, das ist schick. Ich glaube, 3,80 ist das, was man normal kriegt. Und 3,85 ist das hochgerollte schon. Oder ich irre mich gerade. Ich muss mal gucken, was im mythischen Modus droppt. Äh, Moment, war es 3,85? Ne, dann ist es ganz normal. Gut, ein Trinket ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Das kann ich anlegen. Trinket kann ich echt gebrauchen, da ich jetzt noch ein 3,35 gehabt. Das machen wir jetzt mal. Oh, jetzt habe ich so mein episches Achievement bekommen. Und bin jetzt 3,58 gekippt. Ich finde es dennoch komisch, warum ich kein Azerid hier rausbekommen habe. Da wurde mir anderes gesagt. Mal gucken. Ja, das war es eigentlich schon. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr so rausbekommen habt. Ob ihr ein bisschen Lack hattet. Ist irgendwas bei euch krass hochgerollt? So wie ich das jetzt gesehen habe, habe ich beide Items gekriegt nicht hochgerollt. Also das, was Baseline ist. Also 3,85 und 3,70 war genau das, was ich vom Key kriegen sollte. Es hätte er natürlich auch noch hochrollen können. Und eigentlich hätte ich ein Azerid hier kriegen sollen. So wie es angekündigt worden war. Aber irgendwie doch nicht. Schreibt mir das mal, was bei euch drin war. Und ja, dann war es das eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen aufklären. Euer Tillar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.